Herzlich willkommen beim nettesten Meinungsblogger der Welt. Heute geht es um Michael Wendler und Oliver Pocher mal wieder und zu Beginn des Videos möchte ich mich aber nochmal für den tollen Livestream bei euch bedanken. Es hat mir eine riesige Freude bereitet, mit euch einen Talk zu machen und ich denke, das werden wir auch in Zukunft öfter mal machen. Wenn ihr das am Sonntag jetzt verpasst habt, dann schaut gerne in den Upload rein. Dort ist das Ganze für euch auch nochmal hochgeladen worden und dann könnt ihr das nochmal nachholen, wenn ihr mögt. Ansonsten werde ich auch auf euren Wunsch eingehen, eine Wendler-Playlist zu machen. Es hat sich jetzt hier einiges angesammelt an Wendler-Videos die letzten Wochen und ich denke auch, dass es ganz gut ist, falls Leute auch neu dazustoßen oder wenn ihr auch mal einzelne Videos verpasst habt, dann eine eigene Playlist dafür zu haben. Ansonsten wird es heute wieder um Oliver Pocher und auch Michael Wendler gehen. Also wenn euch das Thema generell hier interessiert oder auch generell einfach Trash euer Ding ist, dann lasst gerne für die tägliche Dosis Trash auch ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Wir sind jetzt über 6000 Leute hier. Das ist echt der Wahnsinn. Von daher kann es gerne so weitergehen und ich halte euch natürlich hier auch weiterhin auf dem Laufenden. Ihr habt mir auch super tolle Sachen geschickt bei Instagram und Twitter. Das ist auch sehr lieb von euch. Und dort hatten auch einige gesagt, dass der Fanshop von Michael Wendler momentan Folgendes hier zeigt. Und das ist schon ziemlich krass. Also selbst der Fanshop ist erstmal offline gegangen aufgrund der ganzen Äußerungen von Michael Wendler. Und das auch vollkommen zu Recht. Und das finde ich sehr cool, dass die ganzen Partner von Michael Wendler sich auch immer mehr distanzieren. Denn er wird in Zukunft wahrscheinlich weiterhin gefährlich sein und wahrscheinlich auch einen eigenen Nachrichtendienst auf dem Weg treiben. Also neben seiner Telegram-Gruppe, wo auch über 100.000 Leute ihm jetzt folgen, hat er dann nicht nur noch Instagram und Telegram, sondern wahrscheinlich irgendwann auch noch seinen eigenen Nachrichtendienst. Und von daher ist es auch sehr wichtig, über ihn halt auch zu berichten und das Ganze halt auch immer anzuprangern, weil es immer noch genug Leute gibt, die ihn cool finden und auch folgen werden wahrscheinlich. Jetzt wird es aber nochmal um Oliver Pocher gehen, der das Ganze auch zusammenfasst. Denn es gab auch einen Bericht im US-Fernsehen, beziehungsweise mehrere inzwischen. Und das ist auch ganz gut zusammengefasst. Aber seht erstmal selbst, was Oliver Pocher zu der ganzen Geschichte zu sagen hat. Und gestern, meine Damen und Herren, war eine ganz besondere Folge DSDS. Ohne unseren Lieblingsjuror Michael, ja, denn noch nicht mal der Name wurde mehr genannt. Und das hat natürlich für viel Aufregung gesucht bei Michael. Ich hätte gesagt, das ist peinlich. Jetzt verliert ja RTL jegliche Glaubwürdigkeit, ja. Und er weist nochmal sämtliche Vorwürfe von antisemitisches Verhalten zurück. Genau, wie ich gesagt habe, er weist sogar Grammatik zurück, aber das Geld überweist er nicht zurück. Man kann nicht alles überweisen und weisen. Und an dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, die neuen Autogrammkarten von RTL sind da, von Michael Wendler. Jetzt schnell bestellen bei RTL. Nicht mein RTL, gefällt mir sehr, sehr gut. Und er hat was angekündigt, ja, es reicht ihm. Denn schon sein großer Buddy Donald Trump wurde ja gesperrt. Und Michael Wendler sagt, er erschafft seinen eigenen Nachrichtendienst. Ja, da freuen wir uns drauf. Und da ist ein guter Name W wie Wendler. W wie Witzfigur. W wie Wurstwasser. W wie, ach, so viele Ws fallen mir noch ein. Widerlich. W, naja, egal. Aber jedenfalls, da freuen wir uns schon drauf. Und auch vielleicht in der nächsten Folge sehen wir dann schon das W am Schreibtisch setzen. Es wäre so eine schöne Geschichte. Und er ist jetzt aber in den amerikanischen Medien. Er hat was geschafft. In Deutschland ist er raus. In Amerika ist er dabei. Wollte ich eigentlich schon gestern zeigen. Bei NBC2, also es ist so Lokalfernsehen wie RTL Nord oder RTL West oder so beim NDR. Und da sind sie auf Michael Wendler aufmerksam geworden. Hey, oh, look, what's up, motherfucker? Oh, he's hiding out? Michael Wendler. Ja, he's wanted. Millions of Dollar? Hinterzonen. Oh. Ja, wow. Europe, Germany. Absolutely popstar. Yes, there he is living. He's hiding. He's hiding. German celebrity Michael Wendler kam in Southwest Florida home. He told me once he likes the water and the waterways and the boating. So that's how he picked Cape Coral. Yeah, that's good. Longtime friend Olly Winkler says that he knew Wendler left Germany after he was charged with fraudulent bankruptcy. He left Germany for good. He said he will never return. Wendler reportedly still owing creditors Das sind aber ganz schön viele Zahlen. Richtig. Er meint das Krisenzentrum. Absolutely no go. Absolutely no go. German newspapers reporting. He's being sued by RTL TV. Absolut korrekt. He's making a contract to appear on Germany's version of American Idol. He's hiding here to not to receive the punishment. Now NBC2 has learned that Michael Wendler is living here in Cape Coral legally on a green card. Green card. He's being sued by the German government has asked the US government to send him back. What? He's asking if or when that will happen. In Cape Coral, Dave Elias, NBC2. Thank you very much. Also, es wird ein bisschen eng für den Wendler. Nicht, dass sie ihn bald ausliefern. Aber am Ende des Tages weiß er doch. Dieses Jahr hätte nie besser für ihn laufen können. Frohes neues Jahr. Das bezweifle ich. Das war's für heute. Wir sehen uns schon bald wieder. Der eigene Nachrichtendienst von Michael Wendler kann ja nur Comedy-Gold werden. Allerdings gibt es genug Leute, die das auch ernst nehmen bzw. auch befürworten. Das merke ich in meinen Kommentaren. Und es gibt halt auch Fans von Michael Wendler, die ihn so anhimmeln und das Ganze auch gar nicht hinterfragen. Von daher finde ich das immer sehr wichtig für alle, die sich jetzt auch immer mal in den Kommentaren beschweren, dass ich ja nun wirklich auch darüber berichte und wie ich mich da überhaupt, ja, oder mir das anmaßen könnte. Ich finde das, wie gesagt, sehr wichtig, dass man halt auch immer wieder auch Dinge dann anprangert. Denn es geht dort tagtäglich in der Telegram-Gruppe heiß her. Es werden ja hunderte von Postings gemacht, die von ihm gar nicht gelesen werden können in der Zeit. Also, selbst wenn Michael Wendler nichts anderes machen würde, hat er, glaube ich, am Tag nicht so viel Zeit, um alle Quellen auch zu prüfen, ob das wirklich jetzt berechtigte Kritik ist oder einfach nur Schwurbel-Schwachsinn. Und das ist wirklich krass. Die KZ-Vergleiche gehen überhaupt nicht. Darüber habe ich natürlich auch schon oft genug was gesagt, dass das natürlich auch bestraft werden sollte. Und das wurde es jetzt auch. Der Fanshop ist weg. RTL hat auch die letzten TV-Aufnahmen jetzt zensiert. Das Ganze ist natürlich auch ziemlich krass. Wollt ihr darüber auch nochmal ein Video haben, wo ich über DSDS nochmal gesondert spreche oder ist euch das jetzt nicht so wichtig, dann schreibt das gerne mal mit dem Hashtag DSDS unten rein oder generell sagt was zum DSDS-Thema. Dann können wir darüber vielleicht auch nochmal sprechen. Denn das ist auf jeden Fall auch nochmal krass, dass er sich da auch beschwert hat, dass er jetzt da rausgestütten wurde. Und das ist durchaus sehr, sehr interessant. Ansonsten ist der NBC-Beitrag natürlich sein großes Ziel gewesen. Allerdings glaube ich nicht in dem Zusammenhang. Und das wird ihm wahrscheinlich jetzt auch an den Kragen gehen. Timo Berger ist ja zur Zeit auch in Florida. Und da behalte ich natürlich auch alles im Auge, ob er jetzt auch demnächst sich nochmal zu den ganzen Ereignissen dann äußern wird. Oder ob es dort vielleicht auch zu einer Einigung gekommen ist. Man weiß es jetzt noch nicht. Wie gesagt, ich behalte alles im Auge. Aber ich denke, es wird so weitergehen. Und ich glaube auch nicht, dass Timo Berger dann mit Laura Müller dann nach Hause fliegen wird die nächsten Tage. Sondern, dass das noch weiter uns beschäftigen könnte. Das ist zumindest meine Meinung. Sollte euch dieses Thema hier interessieren oder allgemein Trash, dann lasst gerne noch ein Abo da. Würde mich sehr motivieren. Dann sehen wir uns auch die nächsten Tage hier wieder. Ich glaube, morgen wird dann wieder was zu Anne Wünsche kommen. Da hat Oliver Pocher auch was zu gesagt. Also wenn euch das interessiert und ihr das nicht mehr verpassen wollt, dann lasst noch ein Abo da. Das würde mich sehr motivieren. Ansonsten, wie gesagt, das Michael-Wendler-Thema lässt mich auch nicht los. Und es wird auch jetzt am Freitag das Dschungelcamp ja losgehen. Und das DSDS-Thema kam ja bei euch auch gar nicht so schlecht an bei den letzten Videos. Ich glaube, da halte ich auch so ein bisschen die Augen auf. Neben den ganzen Influencern und Co. Das könnte durchaus die nächsten Tage dann auch noch mehr Content in die Richtung geben. Also ihr könnt gerne mal euer Feedback dann da lassen. Und generell mir natürlich auch immer bei Instagram oder Twitter. Da bin ich am aktivsten. Nachrichten schicken, um euch auch Videos oder Themen zu wünschen. Ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal bei der täglichen Dosis Trash wieder. Bis bald und ciao, ciao. Ciao.